Ist Joker Foli Adieu ein Musical? Ist er einer der besten Filme diesen Jahres? Kann er dem meisterhaften ersten Teil gerecht werden? Oder wird er unter der Last der Erwartungshaltung der Zuschauer erdrückt? All diese Fragen werden wir jetzt klären in dem Review zu Joker Foli Adieu. Joker Foli Adieu ist der neueste Film von Todd Phillips, dem Regisseur des immens erfolgreichen 2019er Films Joker. Der erste Film war schon sehr polarisierend und hat damals 2019, als er rauskam, ziemliche Wellen geschlagen, hat aber im Endeffekt über eine Milliarde weltweit eingespielt und ist damit einer der erfolgreichsten Comicbuchfilme aller Zeiten. Vor allem bei einem R-Rating, was echt selten ist, haben wir bis zu Deadpool und Wolverine oder Logan einfach nicht gesehen. Aber Joker 1 war so meisterhaft erzählt, hatte so ein geniales Ende um einen unglaublich kranken, aber komplexen und interessanten Charakter. Warum braucht man da jetzt einen zweiten Teil? Das haben sich bestimmt sehr viele Leute gefragt, als 2022 glaube ich. Joker 2 Foli Adieu angekündigt wurde. Und im gleichen Atemzug, dass es einen neuen Film geben wird, wurde bereits angekündigt, dass es ein Musical sein würde. Und die ganze Welt ist ausgeflippt. Was? Ein Musical? Was soll das denn jetzt sein? Will Warner Bros. diese IP einfach nur ausschlachten und ist jetzt für alles übrig? Oder haben sich Regisseur... Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Oder haben sich Todd Phillips und Joaquin Phoenix vielleicht was dabei gedacht? Meiner Meinung nach ist es definitiv Letzteres. Der Film funktioniert auf so vielen Ebenen richtig gut. Mit an seiner Seite ist diesmal Harley Quinn oder Lee, wie sie in diesem Film genannt wird. Gespielt von der fantastischen Lady Gaga. Ich muss wirklich sagen, dass ihre Performance großartig war. Zu ihrem Charakter aber später mehr. Die Story des Films baut ganz klar auf den Ereignissen des ersten Teils auf. Wir erleben in manchen Flashbacks, was im ersten Teil passiert ist. Es ist immer irgendwie Teil des Ganzen, weil Joker sich eben dafür rechtfertigen muss, was er getan hat im ersten Teil. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, mit wie wenig verschiedenen Schauplätzen der Film tatsächlich arbeitet. Ja, wir haben diese, ich nenne sie jetzt einfach mal La La Land liken Situationen, wo gesungen wird, wo getanzt wird. Ihr habt es schon im Trailer gesehen. Und diese Szenen hatten wahnsinnig schöne Bühnenbilder. Ich sage schon gar nicht Szenenbilder, weil es wirkt wie ein Theater, es wirkt wie eine Bühne, es wirkt wie eine Show. Und das hat natürlich eine Bedeutung. Ohne irgendwas vorwegzunehmen, aber diese Situationen spielen sich größtenteils in seiner Vorstellung ab und sind natürlich Teil des Films, aber auch nicht wirklich. Der Film untersucht sehr stark die Psyche von Arthur Fleck und beleuchtet auch nochmal, was wir im ersten Film tatsächlich über ihn gelernt haben oder was wir vielleicht nicht gezeigt bekommen haben. Lady Gaga spielt, wie gesagt, Harley Quinn extrem gut. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Was mir aber bei ihrem Charakter gefehlt hat, war so ein bisschen ihre eigene Motivation und Hintergrundgeschichte und auch irgendwie so ein bisschen Daseinsberechtigung in dieser Story. Weil sie haben eigentlich, und das hat Todd Phillips auch zugegeben in einem Interview, diese ganze comic-hafte, übertriebene Art, die man von anderen Harley Quinn-Inszenierungen kennt, komplett rausgenommen und sich davon distanziert. Was ich interessant finde und sowas immer befürworte, aber auch irgendwie in diesem Teil ein bisschen vermisst habe. Ich fand, dass ihr Charakter mehr hätte geben können und eigentlich fast nur dafür da war, Arthur Fleck oder Joker zu unterstützen, ihn zu supporten, ihm gut zuzureden. Und das fand ich so als Charakterzug ein bisschen dünn. Kommen wir zur Musik. Ich sag's hier ganz deutlich. Nein, es ist kein Musical. Es gibt musikalische Elemente. Ich würde sogar fast sagen Musical- und Theater-Elemente. Aber die sind so clever umgesetzt und wirken so charmant, dass man sie nicht als Bruch der Immersion im Film irgendwie sieht. Sondern es ist vielmehr so ein, stellt euch vor, ihr seid alleine zu Hause und habt einen Ohrwurm von irgendeinem Song und den singt ihr dann, während ihr irgendwie die Wohnung putzt. Dann ist das die Musik, die gerade euren Tagesablauf begleitet. Und ich finde, so kann man sich das vorstellen. Es gibt Musik, die gesungen, gesummt, im Hintergrund gespielt wird. Und es hat so ein bisschen so diese Main-Character-Energy, dass man sich halt vorstellt, wie wäre es, wenn jetzt Musik laufen würde. Aber dass Gefühle mehr so durch Songtexte dargestellt werden, als sie jetzt direkt zu sprechen. Und deswegen, nein, es ist kein Musical. Die Musik hingegen ist großartig. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht und war echt, echt passend. Gotham als Stadt und dieses ganze Chaos, was wir eben auch aus dem ersten Teil kennen, ist wieder da. Und ich finde es interessant, dass wir jetzt gerade The Penguin haben auf Sky und jetzt Joker for Liadeux, die in meinen Augen ein komplett unterschiedliches Gotham zeigen. Wir sehen deutlich mehr von Arkham Asylum, aber auch hier hätte man, finde ich, so ein paar Easter Eggs einbauen können für andere Bösewichte, die es halt in dieser Version von Joker nicht so ganz gibt. Aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn sie es so ein bisschen eingebaut hätten. Zusammenfassend kann ich sagen, der Film kommt nicht an den ersten ran. Meiner Meinung nach ist Joker 1 ein absolutes Meisterwerk, eine großartige Charakterstudie. Und Joker for Liadeux ist ein sehr cooles Add-on. Aber braucht es den Film wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es den Film unbedingt braucht, um Joker oder Arthur Fleck als Charakter mehr oder tiefer zu verstehen. Es ist definitiv eine tolle Erfahrung. Es ist leider nicht das Kinoerlebnis, was ich mir gewünscht hatte. Und nein, nur weil ich es genannt habe, The Penguin und auch The Batman, haben nichts mit Joker zu tun. Immer noch nicht. Auch nicht mit Joker for Liadeux. Es ist eine komplett andere Version von Harley Quinn. Es ist eine komplett andere Version von Joker. Ich mag diese Version von Joker. Ich mag Joaquin Phoenix' Version davon. Aber ich bin jetzt schon gespannt, in The Batman 2, der 2026 kommen wird, eine Version von Joker von Barry Keegan gespielt zu bekommen. Die vielleicht wieder komplett anders ist und uns eine ganz andere Seite dieses wahnsinnig faszinierenden Charakters zeigen wird. Wie fandet ihr Joker for Liadeux? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, wie eure Meinung so ist. Klickt hier für mein letztes Interview und klickt hier für mein letztes Film Review. Folgt dem Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, was Filme und Kino angeht. Und ich habe jetzt einen Podcast, Film Space. Unbedingt reinhören und kommentieren und folgen. Janine und ich reden hier alle zwei Wochen über Filme, über Kino, über Serien, über alles, was das Herz begehrt. Unbedingt mal reinhören. Ich würde mich echt freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.